ok alles ein wenig aufgeladen ja erst mal reichen endlich wollte ich nicht wenn ich was war das stein okay oh gott soviel kriegst du gar nicht hochgetragen was du gar nicht genug rucksackfläche was war das denn gleich sind jetzt zwei ja nicht wahrscheinlich alle schon nach oben gelockt war müssen wir natürlich dadurch ja noch mal ein bisschen die habe ich sogar jetzt braucht es aber nicht so oft zu hauen wie vorhin ne also war klar durch die wand ist klar oder nicht ist in die ecke gedrängelt das ist das was mir gesagt hat in die ecke drängen und dann meine angst deine angriffskraft wurde erhöht und du kannst dich mitnehmen was da liegt nicht dein ehren da müssen wir erstmal ausleeren jetzt alles erstmal darunter oder was ja erstmal die kiste hier bin ich ja auch sicher drin die wollen mich verlegen das leckere fleisch ja das müssen wir unbedingt behalten leicht ihr damit was kochen nein nein danke ich verzichte dankend es sei denn es ist ein trank wo ich die gedanken der anderen menschen lesen kann aber nur auf nicht ungefragt sondern nur gesteuert das ist das grüne da oben das ist das grüne da oben oh guck mal was hier das ist ein ding das kupfer da und komm freundchen dann wo ist der denn hier bin ich komm 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 ich muss mal hier in den größeren raum kommen na komm weiter das hört sich immer an hm was haben wir mit dem gedicht oh was ist das lila monsterhaut eek essenz der dunkelheit essenz der dunkelheit oh ja wer weiß wozu das alles notwendig ist da sind ja nur zwei plätze ich hätte mal die schaufel auch noch da lassen ja aber guck mal hier wir könnten noch ein bisschen koppelt schlagen aber es kostet uns schon wieder energie ja die gibt es um wären nur machen wenn die au was war das denn keine ahnung hat auf jeden fall hauer gemacht das ist nicht gut ja komm her 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 kein benehm echt na die geräuschkulisse schon oh was ist das ein schalter ach die schalter ich vergaß sie sie haben jetzt irgendwas geöffnet diese schalter ob sie nicht brauchen nee aber irgendwas auf die erde ein hauchen erde ja wer weiß wozu die gut ist immer ne da unten waren noch mehr sachen zum achso oha wir haben holz wozu ich mich so gequält habe weil du nicht vorher runter durftest ja das ist ja leider nur mal so das nächste mal sollen wir noch gleich den schlüssel geben aber eben echt mal ach warte noch na die kriege anscheinend kaputt oder ne glaube ich nicht hm schade aber wie noch ein rezept oder was und ich kann es nicht aufnehmen weißt du kannst du dir irgendwas rausschmeißen ja was denn die erde und den jahren so hause ne ja ne 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 tisch gelernt siehst du aber du musst jetzt tatsächlich wieder zurück oder du musst nach hause weil guck mal später und sagt er doch gleich oder sagte das in der höhle nicht dass du müde wirst doch ich glaube schon ja da würde ich erstmal diese sachen die du jetzt hast mit nehmen dann brauche ich ja gar nicht weiterlaufen weil ich glaube ich schwachsinnig aber warte noch haben wir dabei wir haben holz auf jeden fall dabei haben wir auch noch wollten allerdings muss man gucken ich glaube nicht das hast du ja dringelassen extra aber das fische glaube ich war da auch das stimmt genau und das vielleicht auch das kann man vielleicht separat holen ja gut dann würde ich sagen machen wir uns auch ein ja doch da ja habe ich mir gedacht und es ist schon 22 uhr oder meckert garantiert wieder ja habe ich auch gedacht jetzt kommt eine fiedermaus mir diese tiefliege schwere not erst mal alles mehr von den federn gibt es wirklich verschiedenfarbige da grün und blau diese faser ja diese büschel ja wer weiß wozu es gut ist das ist ja eigentlich hart und schon 33 davon kann schon stecken geht ihr ein oder so ja aber ich steckt ja nicht von der leine oder andere kästen ja ich würde auch die eier hier lassen weil du hast mit dem broten und den riegeln eigentlich genug oder ja weil die eier glaube ich bringen die waren nur für essen und stärker gut dann würde ich die tatsächlich hier lassen also ich will nicht bestimmen was du spielst also aber das hätte ich jetzt gemacht sagen wir es mal so wir müssen platz schaffen wenn du jetzt nämlich die kiste unten leer machst das inventar wieder voll das auf jeden fall und wir sind noch nicht durch lange nicht geschlafen bis um siegen gut ausgeschlafen ich könnte noch im bett bleiben ja ja gott sei dank bis um siegen aber nicht die volle lebensenergie zurückgekriegt ne brauchen wir auch nicht sie ist da da zeigt er mir leider nicht an müsste ich da gucken es geht aber neun von tausend das geht genau das geht haben wir zwei tage weg ja 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 in den abend noch mal hier gewesen haben wir ja auch keine blümchen mehr gar keine gar nicht dann alles weg alles verputzt die haben doch jetzt so genug oder was ja was haben wir gesagt samstags müssen wir meine samstag ja wir müssen samstag ich erinnere mich gesagt wir machen das samstag genau samstag wird gefüttert bringen wir noch schnell die eier weg und wird der anwendal platz wieder besetzt dann werden wir gleich wieder und wahrscheinlich gleich noch mal nach hause oder oder willst du das weiter unten in der kiste ist jedoch recht ja kommt doch an wir müssen gucken wie schnell wir fertig werden da unten wer weiß wie groß aber auch viel da noch umkauft ja kann ja sein dass wir und heute noch nicht fertig werden wir müssen ja sowieso noch nicht naja ich hoffe ich hoffe ich weiß du wärst schon fertig dass ich werde ich werde durch gerannt und fertig aber ich glaube unten in die untere ebene bin ich glaube ich nicht mehr reingegangen ich weiß das gar nicht mehr so genau da geht es da nie war das da nicht mit den treppen oder war das in einer anderen höhle wurde es mit den treppen waren keine ahnung diese höhlen waren für mich ein graus ja karten restrenner die können es immer noch nicht okay wir brauchen nicht gott sprach es werde licht und siehe da jasmin sie fand den schalter nicht also neue gespawnt ja nach der weile von vielleicht zu zweit ist unfair erledigt vor allem weg er hat echt kein benehm Hier waren wir schon Hier waren wir, bis hierhin sind wir gekommen, bis zu diesem Schalter Genau Also muss ich den Gang da vorne erstmal runter Da war irgendwo noch ein Gang, ne? Ja, da wo der Sandstein war, da war auch noch eine Tür Noch ein runter Ist gar nichts Noch weiter vorne und dann runter Hier Glaube ich Genau Guck, da war noch eine Tür Kupfer? Ja Hier, das war Kupfer? Tatsächlich Okay Das hier haben wir rausgekriegt, ist Sandstein Nicht so viel Ich hab schon Das ist nicht dein Ehren Ne, du darfst da nicht durch, du musst die wegschlagen Äh, ich dachte, ich komme nicht vorbei Du bist zwar schlank, aber nicht so schlank Ja Oh je, wir brauchen einen Schlüssel Äh Achso Erstmal so Lechts oder rings Lechts oder rings Lechts oder rings Lechts oder rings Äh, rechts Und Erde Und Erde Ja, Erde ist gut Ich weiß nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, das ist gut So, da war schon wieder was So, mal gucken Okay, ob ich mit Haben wir sowieso schon in der Tasche So Wieder rein Irgendwohin müssen wir ja den Schlüssel für die Tür kriegen, ne? Da geht's runter Ah, okay Oh, oh Nix Zeit, ihr Zeit, euch Ja, klar Ah ja, klar Hier machen wir Schaschleck Also Philipp Ach komm, ich kann große Fresse haben, das ist kein Problem Krieg ich mit Wie viel haben wir denn noch? 14 haben wir noch von dem Zauber, ne? Ja Mal gucken, ne? Was? Der Schalter dort an der Wand? Wohl Betätigt Machen wir nochmal an Hat etwas aktiviert Ja, wir werden sehen, was, ne? Wahrscheinlich Vielleicht den Steinkreis Das ist möglich Dass er den Steinkreis aktiviert hat Den brauch ich auch Den kann ich Dahin teleportieren Genau, dann brauchen wir diese ganze Rennerei nicht Kann nämlich selber noch keins schlagen Da ist schon wieder eine Fliege Wo? Links von dir Da Da oben Wo bist du jetzt hin? Das ist schlecht Zwei Stück Das ist auch noch Ja, ja, ja Aber Mensch, bleibt doch mal stehen Jetzt Eine Natürlich viel Energie gekostet Ja Oh Gott Ja, abgesessen Ich würde erst mal Tatsächlich außen rum, oder? Wer weiß, wo du da Was da passiert, wenn du da reingehst Ich hab hier auch einen Besucher Ja, der freut sich, dich zu sehen, ne? Ich renn mal um ihn rum Und hol ihn mir vom Hintern Vom Hintern Ja Von vorne macht er mal Aua, ne? Ja Du bist viel größer als er Gib sie ihm los, jetzt Wenn wir schön mit dem Schwert in die Rippen hauen Ich weiß Wenn er nur mal stehen bleibt Rülpsen kann er wie ein ganz großer Ja, ja Äh, nee, ne? Oh Oh, Energiekristall Oha Blaues Büschel Äh Ja, ich glaub, ich muss noch mal zur Kiste Ja, aber den ganzen Weg echt jetzt? Ja, äh Aber ich kann sonst Was ist denn das? Was ist das? Das Lederbüschel, ne? Weiß ich nicht Nee, das ist hier Das ist verrottetes Gammelfleisch da Von dem, von dem Macker Das ist verrottetes Fleisch Aber dann spawnen die gleich wieder Ich hab nur Angst, dass du dann wieder kämpfen musst Weiß, was ich meine Das ist egal Egal Einer mehr oder weniger Einer Du redest von einem, ja? Äh, ich weiß Für dich wäre der schon zu viel Guck mal, hier kann man die Tür zumachen, ist man sicher Ja, ich weiß gar nicht, was du hast Ach, zu viel Schiss So, wir lassen mal die Nee, das ist ein Quatsch Und den, und den Dünger hast du schon oben? Ja, tu alles raus Im schlimmsten Falle Wir müssen so oder so nochmal hierher Na? Guck da kann ich auch hier Äh, guck mal hier Guck mal hier Im schlimmsten Falle, wir müssen so oder so nochmal hierher Und die Sachen holen Da kannst du auch alles hier lassen So Und unten noch das Das Fische Oh Schön Monk-Auge mäßig schön ausgeglichen Sehr, ich bin sehr zufrieden Ich musste so lachen mit dem Monk-Auge Wo, wo, ähm Wo du das Beet gemacht hast Ja Ich musste so lachen Nee, rechts Dass ich Lichtlektüre momentan das zu gucken bin Ja Falsch Äh, nee, guck mal Der will Auch vermützen Nee, nee, aber der war trotzdem falsch Ja, aber der will trotzdem auch vermützen Der will die Aua machen Und du bist fast tot Der auch Wir machen es ganz einfach Wir essen Wir essen mal was, genau Hm, guck mal Schon geht es uns besser Ja Da ging es Genau War da gerade was zu hören Ich hoffe nicht Hm Jetzt können wir in diesen großen Raum gehen Jetzt müsste ja hier rum Hier sind wir einmal um das ganze Areal rumgegangen, ne Hm Nicht gespannt was kommt Müsst du mal ein bisschen Licht machen, ne Irgendwie so booster Also Kian hat ein größeres Licht gehabt Ahahaha Ein bisschen frösterlich gewesen anscheinend Guck mal Okay Ja, wahrscheinlich, weil die Dings da nicht Das muss einer von den magischen Schreinen sein Verschlossen Aber vielleicht könnte ich Vielleicht könnte ich Vielleicht könnte ich Was Den Schrein benutzen? Nein Oh bitte nicht 100 Jahre zurück Du berührst den Schrein Ein heller Blitz Dann kommt die Dunkelheit Zahlose Sterne ziehen Gegenüber dir dahin Während die Tage vorbeiziehen Reist dein Geist in andere Welten Neues Wissen ist in dir erwacht Doch zu welchem Preis? Ja Die Sterne ziehen dahin Die Haben die jetzt vor- oder zurückgereist? Das ist die Frage Hm Ich bin gespannt Also wir reisen schon ganz schön lange Ja Wir reisen zu lange, finde ich Kannst du das abkürzen? Äh Wenn ich könnte Hier passiert nix Doch Jetzt Deine Magie wurde erhöht Okay Kannst du dir jetzt die Truhe aufmachen? Äh Äh Rausgeschmissen Oh, wir haben Winter Äh Wir sind in die Zukunft gereicht Oh, warte mal, warte mal Eine Katze Du kannst gar nix machen Oh Kian Hallo Jasmin Da bin ich aber froh Dich zu sehen Hallo Kian Warum? Du warst so lange dort unten Du hattest wohl recht Mit dem, was du über Zeit und Raum gesagt hast Ich verstehe Du hast den Schrein gefunden und aktiviert Ja Und ich fühlte mich wie ein Traum Während die Zeit an mir vorbeiraste Du musst mir unbedingt noch mehr erzählen Schau, da kommt Wilfried Wo kommt er denn? Wo kommt er denn? Äh Da Ja Hey Jasmin Hallo Wilfried Schön, dich zu sehen Hallo Kian Da hatten wir wohl die gleiche Idee In der Tat Und auch noch zur richtigen Zeit Es ist schön, dass du wieder unter uns zweilst Jasmin Wir dachten schon Dass du wie Hugo verschwunden bist Alles in Ordnung Aber ich bin sehr erschöpft Ist da unten nicht einfach Ja, ich weiß Komm Wilfried Wir lassen sie erst einmal wieder ankommen Klar Aber komm uns bitte besuchen Bevor du nach Waldheim gehst Oh, wir können jetzt nach Waldheim gehen Der Weg ist wieder frei Wäre schlimm, wenn nicht Du warst wochenlang dort unten Oh, wir sind vorgereist Wochen? Dann musst du wirklich schlafen Da musst du nicht schlafen nachholen Gute Nacht, die beiden Entschuldigung Alles gut Ja, schau bei uns vorbei Ich habe auch noch ein Versprechen einzulösen Oh, wie viele Wochen Hier Jasmin, das habe ich dir mitgebracht Du hast bestimmt Hunger Danke Wilfried Ich komme später zu euch Bis bald Er leuchtet immer noch Ja Ich bin gespannt, wie viel Zeit vergangen ist Ich bin gespannt, wie viel Zeit gep hamburg fucken Ich bin gespannt, wie viel Zeit Wảo